Freunde des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny haben der These einer Vergiftung neuen Auftrieb verschafft. Zwar sagten Ärzte, es sei noch keine giftige Substanz nachgewiesen worden, doch Konstantin Jankowskas, ein Vertrauter Nawalnys, sieht das anders. Gegenüber Euronews sagte er, es gibt da ein Problem. Der Krankenhausdirektor ist nicht einfach nur ein Arzt. Er ist politisch aktiv und Mitglied der Putin-Partei Einiges Russland. Hier geht es um Politik, nicht um Alexej's Gesundheit. Alexej Nawalny wurde mehrere Tage wie ein Gefangener behandelt, lang genug, um das Gift nicht mehr in seinem Blut nachweisen zu können. Damit soll sichergestellt werden, dass die Untersuchung zu keinem Ergebnis kommen wird. Der Sprecher von Russlands Präsident Wladimir Putin sagte, es gebe bislang keine Bestätigung für eine Vergiftung Alexej Nawalny's. Ein Verdacht ist nichts weiter als eben das, ein Verdacht. Vergiftung oder nicht, das muss durch ein Labor bestätigt werden. Wir müssen auf die Testergebnisse warten. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand Opfer einer mutmaßlichen russischen Giftattacke wurde. Gift ist in Russland ein Mittel der Politik. Manchmal bekommen Oppositionspolitiker Gift verabreicht. Der wohl bekannteste Fall ist der Herrn Litvinenkos, der an der Vergiftung starb. Gift ist leider Teil von Putins Politik. Zudem sei der mögliche Tatort von Nawalny's Vergiftung, ein Café in Omsk, unmittelbar nach dessen Abflug geschlossen und den Angestellten Redeverbot erteilt worden.